während vier wochen machen wir ein projekt mit ihnen wo wir eigentlich mit ihnen geschaut haben was für ein thema sie interessiert und zwar haben wir dann von all diesen themen transformation ausgesucht mit der morphosis und wir machen masken und kostüme mit ganz 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 vielen materialen und dann haben wir diese masken diese charaktere die haben geschichten das heißt die wollen wir auch mit der jolie was für eine geschichte die haben was für eine action die machen und dann wird das ganze halt korrigiert und gefilmt und danach machen wir noch den klang da drauf und das kann von brüttage bis overvoice bis text bis singen gehen ich finde es sehr schön zu sehen wie sich die jugendlichen wirklich verwandeln selbst also wirklich in diese charaktere eintauchen und sozusagen mit ihren kostümen verschmelzen ich glaube es ist wie eine auszeit für alle wo man so etwas anders sein kann und sich gehen lassen kann das ist auch ein bisschen das was wir versuchen ihnen zu vermitteln und spielen kann ich glaube das ist sehr wichtig